Die Welt dreht immer schneller und wir drehen uns mit, lass dir nichts erzählen, du bist gut wie du bist. Hallo Leute, heute ist so ein Tag für mich. Heute vor einem Jahr habe ich mein erstes Uni bekommen, das war für mich ganz was Besonderes. Und jetzt nach einem Jahr, wenn man so zurückblickt auf alles was man so hier gemacht hat, und es ist echt harte Arbeit und da stecken echt viele Tränen und viel Schweiß, die ihr manchmal seht. Also echt ein harter Content. Ja wie gesagt, da denkt man halt darüber nach, was man da alles erreicht, Menschen an sich gezogen hat. Crankylein, wie gesagt, das ist für mich eine große Ehre, dass du eben zu meinem Team gehörst. Da habe ich eben meine Story ganz stolz reingeschrieben, darf ich die ganze Welt wissen. Dann kommt der Thomas um die Ecke und erzählt mir hier im Chat, dass er es geschafft hat, aus Truhen 1580 Münzen zusammen zu sammeln, weil er mir einen Babylöwen schenken möchte und dafür hat er vier Monate gebraucht. Und das ist einfach ein bisschen für einen Tag zu viel, wisst ihr was ich meine, gewesen. Und ich versuche euch auch immer Kraft zu geben und so und euch zu motivieren, aber ich bin auch nicht immer so stark wie ihr mich seht. Das muss ich schon zugeben. Ach Steffen, hör doch auf. Dankeschön. Ich schwöre, du bist ein Schatz. Das bedeutet mir so viel. Hallo. Thomasi? Wo ist mein Thomasi hin? Thomasi? Eingefroren. Eingefroren. Wer? Thomasi war eingefroren oder wir beide waren eingefroren? Jetzt, jetzt. Hört mich jetzt mehr. Ich höre Thomasi sehen, aber nicht. Wie kann das sein, Leute? Ich höre Thomasi sehen, aber nicht. Okay. Können Sie Thomasi hören, Leute? Ja, mein WLAN ist scheiße. Ich kann Thomasi hören. Ich schwöre, der redet mit mir. Thomas, sag was. Ja, das stepperte WLAN. Ich habe so ein steppertes WLAN-Problem. Bei mir hängt alles. Er sagt, das stepperte WLAN. Bei mir hängt alles. Das ist so verrückt. Ich höre ihn. Erzähl mir was. Sag mir etwas, was ich denen sagen soll. Nur du kannst ihn hören. Ich breche ab. Thomasi, sag mir etwas. Ich leite es weiter. Komm. Komm. Thomasi? Was denn? Er sagt, was denn? Ich habe gar nichts getrunken. Bei mir hängt es immer noch. Er sagt, bei mir hängt es immer noch. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus, sagt er. Ich schwöre, die Leute glauben, ich bin komplett durchgedreht hier. Ich habe die ganze Zeit ihn gehört. Valu kommt. Gute Nacht, Herr Sior. Hallihallo. Hallihallo. Siehst du mich? Hörst du mich? Ja, aber was härteres? Das gibt es nicht in meinem Kultstrang. Aussi-Team, Anita, sagt, die Stimmen im Kopf. Ja, genau. Danke. Das ist alles nur in deinem Kopf. Wenn mir jemand das depperte Herz aus dem Gesicht nehmen, das stört mich. Der Nünftigste hier ist hier. Hey, Stefan, hi. Grüß dich. Oh, Mann, ist das schön. Oh, Mann, ist das schön. Mann! Oh, Gott! Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Thomasin, das war echt lieb. Oh, mein Gott. Was haben wir für ein Team? Was haben wir für Menschen hier? Jetzt bist du einen ganzen Schritt weiter. Und ich habe mich so über Imok vorhin gefreut. Wenn ich es irgendwie gekonnt hätte, hätte ich es auch unbedingt machen wollen. Das hat heute einfach sein müssen mit dem Uni irgendwie irgendwo. Das ist ja sein müssen, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ne, okay. Tausend Dank nochmal. Ja. Genau. Ne, weil, ich meine, überleg mal. Gott, hast du die Marken bei Mano. Was ist jetzt los? Chris! Ich bin mir sicher. Der Chris hat genau ausgerechnet, wie viel abgezogen wird, wie viel fehlt, damit es für einen Babylöwen am Schluss reicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ah, so finde ich auch noch. Toll. Super, Thomasin. Danke, danke. Du hast es verdient mit einer Tipperei, mit einer Ansagerei, mit einem ganzen… Ist einfach so. Mitarbeiterei. Ich finde es super. Vielen Dank, Leute. Ach, geil, hey. Möchte noch jemand zu uns kommen vielleicht? Weil, äh… Weil, äh… Loh möchte mit uns ein Spiel spielen. Also, welche Band verkaufte über zwei Millionen Platten mit dem Titel Abenteuerland? Pur. Pur. Ja. Wessen Blonde Ambition führte 1990 zu einer Immaculate Collection? Von wem? Ich rate einfach mal Madonna. Das ist tatsächlich richtig. Nicht dein Ernst! Kannst du für mich noch ein Lied anmachen? Ja. Welches? Dum, 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 dum. Everybody dance now. Just, just checking. Sekündchen. Und wenn das läuft, würdest du mir einen Gefallen tun und meinen Cousin groß machen? Nicht dein Ernst! Liedert. Bitt!